Erst kam Cook Wild. Dann Cook Wilder. Und jetzt Cook Wildest. Das neue Biker-Kochbuch ist da. Mit Unterstützung vom Fernsehkoch Bernd Arold haben wir die besten Rezepte für krasse Gaumenfreuden zusammengestellt. In den Hauptrollen auch diesmal wieder Chilis, Zwiebeln, Tabasco und Knoblauch. Special Guest Fleisch. Die Hardcore-Kochbücher jetzt einzeln für 12,90 Euro oder im Set mit Kohlschürze für nur 37,80. Erhältlich unter szene-shop.com oder am Stand des Huber Verlags hier in der Halle und am Szene-Shop-Stand in Halle 23.1.